hallo und herzlich willkommen zu einem neuen computerbase video wir testen heute die neuen sony wf 1000 x mark 5 vergleichen sie nicht nur mit dem vorgänger den x mark 4 sondern natürlich auch mit den apple airpods pro 2 bevor wir aber ein bisschen genauer hinhören und uns auch mal das anc der kopfhörer anhören wollen schauen wir erst mal nach was sony alles mit liefert sony liefert die wf 1000 x mark 5 wieder in einer papp verpackung aus die sich einfach öffnen lässt neben dem ladecase mit den ohrhörern liegen den x mark 5 anleitung orpass stücke und ein usb a auf usb c ladekabel bei bei den orpass stücken gibt es nun die größen ss s und l sowie m die schon auf den ohrhörern sitzen als vergleich habe ich mal die schwarzen orpass stücke der x mark 4 hier die wenn man genau hinsieht einen etwas dickeren rand haben der memory form der x mark 5 ist also etwas dünner wodurch sie angenehmer am ohr sitzen sollen ansonsten sieht man am gehäuse der x mark 5 den tragesensor zwei kontakte zum ladecase und die mikrofone wobei das äußere mit einem mesh bedeckt ist das ladecase ist etwas kleiner geworden und bietet an der rückseite usb c zum laden und eine paring taste es unterstützt aber auch wireless charging hier mal das ladecase der neuen x mark 5 im vergleich zu dem case der x mark 4 und wenn man beide in ihrs mal auspackt sieht man auch deutlich die veränderungen die x mark 5 sind deutlich kleiner und runder welche neue technik genau in ihnen steckt lest ihr in unserem ausführlichen testbericht wir hören uns jetzt aber erst mal das an c der x mark 5 genauer an so nachdem wie die neuen wf 1000 x mark 5 nun mal ausgepackt haben wollen wir uns natürlich auch anhören wie sie klingen beziehungsweise vor allen dingen wie das an c klingt dazu hören wir uns zunächst umgebungsgeräusche an ohne die kopfhörer einzusetzen so und jetzt haben wir uns das gleiche geräusch noch einmal mit eingesetzten kopfhörern an wobei wir das an c zunächst deaktiviert lassen man hört auch so dämpfen die wf 1000 x mark 5 außengeräusche schon sehr gut jetzt machen wir das gleiche aber noch einmal und aktivieren das an c ja wie man hört hört man eigentlich so gut wie gar nichts mehr ein bisschen vorgezwitscher kommt noch durch ansonsten ist das an c der wf 1000 x mark 5 wirklich sehr sehr gut aber wir haben es ja noch nicht verglichen deshalb packen wir die neuen in ihr es mal wieder weg und nehmen jetzt die x mark 4 als direkten vergleich hören uns auch da zunächst das signal an ohne aktiviertes an c auch da passive isolierung durch die memory phone aufsätze relativ gut jetzt gleiche noch mal aber mit aktiviertem an c so und damit der vergleich ein bisschen einfacher ist wechseln wir jetzt mal zwischen beiden signalen direkt hin und her da hört man schon das an c der x mark 5 ist tatsächlich noch mal leistungsfähiger als vom vorgänger aber wir haben ja auch noch von apple die airpods pro 2 hören uns auch da zunächst das geräusch an ohne aktiviertes an c wie man hört kommt ein bisschen mehr durch weil die airpods pro 2 einfach nicht ganz so fest abschließen wie die sony in ears aber jetzt aktivieren wir auch hier das an c und hören nochmal genauer hin und um es besser vergleichen zu können wechseln wir jetzt mal zunächst die aufnahme von den x mark 5 mit a und c dann zu den x mark 4 dem vorgänger und zuletzt zu den airpods pro 2 ja man hört glaube ich recht deutlich dass die sony wf 1000 x mark 5 tatsächlich beiden konkurrenten überlegen sind und sony nicht übertreibt wenn sie sagen sie bieten derzeit das beste an c auf dem markt die sony wf 1000 x mark 5 sind ab august für 320 euro im deutschen handel erhältlich wahlweise in weiß und schwarz sony setzt inzwischen auf eine hochglanz optik gefällt vielleicht nicht jedem zumindest bei den weißen ohrhörern ist das aber kein problem man sieht nicht jeden fingerabdruck bei den schwarzen könnte das ein bisschen anders aussehen alle weiteren informationen und alle details gibt es bei computerbase im ausführlichen test